Guten Abend meine Damen und Herren, ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die... Es ist sehr schwer, dass die Gemeinschaft der Gemeinschaft, die Menschen über die Verwärmung geflügt werden, um sie zu schützieren, um sie zu schützieren. Aus diesem Grunde, wir sehen uns die Räume des Blasen und in der einen Ort gegrünen und wir uns die Verstattung des Geheims. Geheim ohne Zulm, geheim, 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 geheim. Gush konnit, Mazamir 137, dar morade an behisht. 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 Gush konnit, Mazamir 137, dar morade an behisht.